Der Kinocast Hallihallo ihr beiden, willkommen hier zum Kinocast und hallo auch an alle HörerInnen. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Mein Name ist Erik, ich begrüße alle zusammen und wir haben Filme mitgebracht, jede Menge. Jeder hat einen Film mitgebracht, glaube ich, beziehungsweise zwei Leute haben einen Film mitgebracht, aber ja. Und zwar, wir haben im Angebot den neuen Film von Luc Besson, der auch als Eröffnungsfilm auf dem Fantasy Film Fest läuft, der heißt Dogman. Dann haben wir im Angebot The Pope's Exorcist, da ist ein Zungenprescher, The Pope's Exorcist. The Pope's Exorcist. Ja. Schwieriger Titel, den habe ich mir mal geklickt, weil, ja, und so weiter, hat er mir schon vom Trailer her irgendwie zugesagt. Er war lange in den Kinocharts und als der jetzt im Heimkino zum Ausleihen verfügbar war und ich den gucken wollte. Und die Kate hat noch was, der nennt sich Reptile. Da habe ich schon mal irgendwie ein Teaser-Bild gesehen und bin ich gespannt, was sie sagt. Jo, das sind die Filme für heute, die wir im Angebot haben. Wir beginnen doch gleich mal mit Dogman, Chris. Ja, unsere aktuellste Sneak, unsere letzte Sneak, die wir da hatten. Wie du schon gesagt hast, der neue Film von Luc Besson und wenn Luc Besson draufsteht, dann sind die Erwartungen natürlich schon relativ hoch. Und ich sag's mal so, ganz, ganz, ganz wertfrei, nach dem Film saß neben mir ein gewisser Erik, der dann meinte, boah, zweimal hintereinander ein richtig guter Film, was ist denn hier los? Ja. Ja, 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 ja. Wir sehen auf jeden Fall Caleb Landry Jones, der den Dogman spielt und der spielt Douglas, der als, ja, der wird irgendwie, der kommt in die Polizeikontrolle rein, der Anfang, wenn ich's richtig gesehen hab, da hab die zwei Minuten am Anfang fehlen mir ja immer. Achso, ja, da ist am Anfang die Polizei, da ist quasi so eine Jagd auf einen Verbrecher, also du siehst so Polizeiautos und sowas und dann haben sie so eine Straßensperre errichtet und in dieser Straßensperre wird so eine Art, ja, es sieht aus wie so ein UPS-Transporter, also hinten so ein kastiger Transporter und da wird einer angehalten und am Anfang siehst du den gar nicht so richtig, dann dreht er sich so in die Kamera rein, also die richten natürlich alle Waffen auf ihn, ja, Hände hoch und immer und dann dreht er sich so rum und der sieht halt völlig zerstört aus, also blutverschmiert und hat eine Perücke auf, eine blonde Perücke und hat ein Kleid an und ja, genau, ist verkleidet als Frau und reagiert irgendwie ganz, ganz weird, irgendwie wirkte so ein bisschen von der Spielart her, um es zu vergleichen, wie dieser Typ bei Schweigen der Lämmer, so ungefähr, so von der Art her, wie es gespielt war, also ich wusste gar nicht, okay, was ist das jetzt für einer und dann machen sie hinten die zwei Türen auf von dem Transporter und da sitzen lauter Hunde drin, die aber ganz brav sind, also die gucken halt nur nach draußen auf die Polizisten, also rennt keiner weg oder keiner bellt oder irgendwas und ja, dann schaffen sie. Ja, da bin ich dann da gewesen. Achso, okay, dann höre ich jetzt mal auf. Das habe ich dann schon mitgekriegt, genau und eben dieser Douglas kommt dann zur Polizei, aber die wissen dann auch nicht so genau, wo sie ihn hinstecken sollen, aufgrund eben dieser Tatsache, dass er auch noch im Rollstuhl sitzt und alles, ist alles so ein bisschen, ja, schwierig, also er kann zwar laufen, hat Gehhilfen, aber er kann die Füße nicht richtig bewegen und es wird dann die Psychologin dazugezogen, die wird gespielt von Jonica T. Gibbs, mir fehlt nur der Name leider, der wurde überhaupt erwähnt namentlich. Evelyn? Echt? Steht in der IMDB, deswegen. Okay, danke, danke. Ja, Evelyn, die Psychologin und die sagt halt, oder die versucht halt dann herauszufinden, hey, was ist mit Douglas da los oder was ist mit dem los, wo kommt der her, wie müssen wir denn einstufen, ist der gefährlich und was weiß ich, was alles und eben dieser Evelyn, eben dieser Psychologin öffnet er sich mehr oder weniger und erzählt seine Geschichte und es ist halt wirklich eine eher tragische Geschichte, weil Douglas aufgewachsen ist mit seinem älteren Bruder, seinem gewalttätigen Vater, der, glaube ich, auch ein ziemliches Alkoholproblem hatte und seinem völlig durchgedrehten Bruder, ich kann es gar nicht anders sagen, für den alles an Jesus Christus begründet war und er ist der größte Sünder, weil und überhaupt und er hat seinen Vater dazu getrieben, so zu sein und. Und Douglas freundet sich da schon mit den im Käfig gehaltenen Hunden an, als Kind, die halt, ja, also da gehalten werden, um möglichst aggressiv zu sein und zu werden, auch unter diesen Bedingungen dann, warum auch immer der Vater das so wollte und es gibt halt da immer wieder Schwierigkeiten mit dem Vater und Douglas und das mündet dann darin, dass beim Abendessen ist es, oder beim Mittagessen, halt der Vater irgendwann mal fragt, hey, magst du die Hunde eigentlich mehr wie deine eigene Familie und was ist eigentlich los mit dir und das ist dein scheiß Problem, so nach dem Motto. Und er kann es halt nicht verneinen und dann flippt der Vater völlig aus, schnappt seinen Sohn und schmeißt ihn in den Hundezünger rein. Ab sofort und auch vielleicht mit dem Hintergedanken so, hey, die Hunde werden ihn wahrscheinlich dann einfach zerfleischen und dann hat sich das auch erledigt. Aber die Hunde schützen ihn, die stellen sich schützend vor ihn und setzen sich für ihn ein, quasi weil er halt, ja, mit denen sich so weit angefreundet hat und sie ihn quasi als Teil des Rudels betrachten. Ich muss dazu sagen, die Hunde sind absolut bunter Mix, also es ist jetzt nicht so eine Rasse, wo man sagt, äh, typischer Kampfhund, äh, äh, sondern tatsächlich ein ganz, ganz bunter Mix an Hunden, das ist von allem was dabei, von groß zu klein, von gefährlich bis, oder als gefährlich einstufbar, bis eher so, ach Gott, ich würde dich am liebsten zu Tode knuddeln. Also alles ist dabei und er liegt dann da in diesem Stall und, ähm, wächst bei den Hunden quasi auf, ähm, eskaliert halt immer dann noch weiter als, ähm, irgendeine, ein, das als, als, als Welpen dort auftauchen im, im Zwinger und die versucht er zu verstecken vor seinem Vater, weil er will halt auch nicht, dass denen Gewalt angetan wird. Sein Bruder sieht das und holt den Vater, das eskaliert dann völlig, dass der Vater mit der Schrotflinte vor dem Hundestall steht und halt dann sich ein Schuss löst, der Douglas einen Finger zerfetzt und eine Kugel in den Rücken geht, deswegen hockt er auch im Rollstuhl. Und das ist so, so ein bisschen der Background von Douglas, aber warum er jetzt die ganzen Hunde dabei hat, ist da immer noch nicht so ganz erklärt. Das ist dann so, dass Douglas in den späteren Jahren, nachdem er da durch Heim und alles durchs Heim leben, durch musste, ähm, es schafft doch irgendwie selbstständig zu werden. Also er verliebt sich unsterblich in eine der Angestellten im, im, in seiner Pflegeeinrichtung, in seinem, in seinem, in seinem Waisenhaus, die ihn zum Theaterspielen bringt, was für ihn halt ganz arg wichtig ist, weil er da in andere Rollen schlüpfen, schlüpfen kann, seinen, seinen Körper quasi, so sein, sein richtiges Leben verlassen kann, hinter der Maske. Und als, als er die dann auch versucht, äh, mal mal auf, oder er versucht sie nicht aufzuspülen, sondern er verfolgt hat, wie gesagt, den ganzen Werdegang und überrascht sie dann bei einer Vorstellung mal, wo er dann allerdings erfährt, dass sie einen Mann hat und schwanger ist und das bricht ihn dann endgültig und das bricht ihn auch endgültig mit der Gesellschaft, weswegen er für sich so eine Hundepension einrichtet, wo er eben mit seinen Hunden lebt und mit den Hunden arbeitet, die auch dressiert und die zu ganz seltsamen Sachen bringt, wie nämlich zum Beispiel. Äh, die große Frage ist natürlich, wie finanziert sich der gute Mann? Und, und Douglas finanziert sich dadurch tatsächlich, dass er die Hunde losschickt und die in Häuser einbrechen und dort dann Schmuck stehlen, den er dann verkaufen kann. Er nennt das selbst, ähm, Umverteilung vom, von, von Reichtum und, ja, er, jedenfalls, damit fliegt er halt im Endeffekt dann auch auf und dazu kommt es eben auch, dass dieses, äh, dieser, dieser, diese Anfangsszene, da ist er dann so halb auf der Flucht schon, aber das ist noch lange nicht das Ende vom Film, weil das will ich auf keinen Fall verraten. Und es ist wirklich diese Kombination von Douglas, seinen Verbündeten, den Hunden, deswegen auch Dogman und seine Position dort im Leben, die er findet, also er kommt an, in eine Travestie-Show mit rein, mit seinen Verkleidungen dann auch, wo er dann auftreten kann, weil er eben dieses Theater hat. In der Nachbarschaft ist es auch eher so, oh, da ist einer, den, den können wir vielleicht um Unterstützung fragen oder mal Hilfe fragen, obwohl wir einen alle seltsam finden und, und, und. sehr weird teilweise, aber auf der anderen Seite auch überragend gespielt. Also mir hat Douglas echt, mir ging der am Anfang so, oh, Junge, was ist das für einer? So, hm, hm, ich kam da tatsächlich nicht so ganz klar mit ihm, aber je länger das ging und je mehr die Geschichte von ihm erzählt wurde, desto intensiver wurde das auch und desto mehr hast du auch dich ein Stück weit, ja, ihm verbunden gefühlt, sag ich mal, weil es einfach, die, die ganze Scheiße, die der erleben musste, wo der durch musste, einfach heftig war und du hattest dann ein Stück weit Mitleid, aber auf der anderen Seite dann auch wieder, ja, aber was er macht, ist auch nicht so, dass das wirklich wahre und das ist auch nicht hier, ne, gesetzestreu und schlagig tot, ist dieser schmale Grat zwischen, wer ist eigentlich der Gute und wer ist der Böse und wer tut Gutes, wer tut Böses und wer darf wie und was und überhaupt und das fand ich unglaublich gut umgesetzt. Also das hat mich dann im Endeffekt wirklich überzeugt, weil halt, also abgesehen von der schauspielerischen Leistung, die da dahinter steckt, gerade von Caleb Landry Jones, den ich so jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, aber den fand ich unglaublich gut in seiner Rolle. Weiß nicht, Erik, wie es dir da geht, ob du das ähnlich schießt, aber also wirklich unglaublich gut und der trägt diesen Film ja auch komplett, also wenn du, wenn du einen suchst, der dir den Film in dem Fall trägt, der das auch glaubwürdig rüberbringt, dann ist das fast schon eine absolute Idealbesetzung. Also ich, mir würde jetzt aus dem Bauch aus kein, ich sag jetzt mal, größerer, bekannterer Schauspieler einfallen, der das so spielen und so transportieren könnte. Und das heißt dann auch wieder für mich hier, Story cool gemacht, Castings sehr cool gemacht, das Ganze, die ganzen Szenen, die ganzen, das Spiel mit dem Licht, mit dem, mit den, mit den Eigenheiten und so. Es war eine komplett runde Sache, dass das wirklich einen ein Stück weit in sein Bann ziehen kann und einfach eine Geschichte erzählt, die mal ganz anders ist. Ja, war auf jeden Fall auch gerade wegen der düsteren Hintergrundgeschichte von ihm, da hat er mir öfters mal so ein Kloß im Hals, wenn er da erzählt hat, wie er da aufwachsen musste, muss man ja fast sagen und was er Schlimmes erlebt hat und ich hatte noch ganz vergessen, ganz am Anfang steht so ein Zitat auf der Leinwand, was so sinngemäß übersetzt heißt, wenn immer jemand unglücklich ist, schickt Gott ihm einen Hund von so einem französischen Dichter. Und das passt ja hier ganz gut, weil die Hunde fangen ihn dann quasi im größten Unglück auf, weil er ist ja wirklich in seiner, in seiner Kindheit wirklich extrem gebeutelt da durch das Elternhaus und, also seine Mutter nicht, aber die kann sich halt nicht dagegen wehren, gegen den Vater und Bruder. Genau, die lässt ihn dann halt auch noch da quasi zurück und also diese Geschichte, wenn man die dann so erfährt, was ihm so widerfahren ist, uiuiui, das haut er ihn dann schon ganz schön, das drückt er ihn schon ganz schön runter im Kinosessel. Und warum lief das jetzt beim Fantasy Filmfest? Ja, weil eben er hat irgendwie so eine Connection zu diesen Hunden, ja, also die verstehen ihn irgendwie. Also dadurch, dass er wahrscheinlich so lange mit mit Hunden aufgewachsen ist und hat er quasi wie so eine gedankliche Verbindung. Also sie können quasi fast fühlen, was er denkt und er braucht da gar nicht viel sagen. Und das ist allerdings dieser übernatürliche Faktor, der ist ja eigentlich, der wird eigentlich nicht thematisiert, der ist einfach. Der ist einfach da, genau. Ja, der ist einfach da. Ist auch nicht zu übernatürlich, dass man sagt, okay, sondern der redet halt einfach ganz normal mit denen und dann machen die was und so ungefähr ist das hier auch. Ich denke mal, das ist auch ein Film für alle Hundliebhaber, kann man durchaus sagen, weil das ist wirklich toll und auch die ganzen Hunde, du hast ja schon erwähnt, wie viele verschiedene Hunde da sind. Also das und jeder, das ist ja auch unheimlich schwierig, die so zu dressieren für den Film, dass die das alles so machen, was da gemacht werden musste. Und die machen ja echt viel und coole Sachen. Und ja, aber ja, diese ganze Geschichte, die hat einen schon ganz schön mitgenommen. Dann natürlich auch bei Luc Besson wieder hat Eric Serrat wieder die Musik gemacht, die Filmmusik, wie auch schon bei Leon der Profi und bei Rausch der Tiefe und bei Das fünfte Element. Das ist natürlich auch wieder was Besonderes, so eine Kleinigkeit, auf die man da mal achten kann. Also die beiden, die funktionieren wunderbar zusammen. Und ja, der Film lief ja auch schon in den diversen, also in Frankreich lief der schon, ist nicht ganz so wahnsinnig gut angekommen. Also wie jetzt andere Filme von ihm. Hatte trotzdem halt 730.000 Besucher in Frankreich. Aber das liegt halt daran, dass der Film auch echt speziell ist. Entschuldigung, nee, falsch. War falsch. Ich habe mich gerade verlesen, es war sein vorhergehender Film. Der Film läuft auch erst noch an. Der ist jetzt auf diversen Festivals, also streicht die letzte Bemerkung, die war verkehrt. Aber trotzdem, es würde passen, weil er ist schon relativ speziell, der Film. Also es ist jetzt hier nicht so dieser absolute... Ich glaube, wenn wir den nicht in das Leak gehabt hätten, also ins Kino, von der Thematik her, der hätte ich den nicht gesehen. Genauso wie den vorhergehenden Linoium, hätte ich wahrscheinlich auch nicht geschaut. Wäre ziemlich sicher an uns einfach vorbeigelaufen, ja. Und deswegen bin ich da ganz froh eigentlich im Endeffekt. Also wie gesagt, das war zwischenzeitlich so, was los mit dem Typen? Echt so, okay, der wirkt ganz seltsam, aber es ist halt wirklich mal wieder. Never judge a book by its cover, ne? Und deswegen, ja. Das Poster, das erinnert mich auch so ein bisschen irgendwie, da gab es ja auch mal so Filme, Doberkiller und Dobermann und sowas. Ich glaube, Dobermann war auch ein französischer Film, wenn ich mich recht erinnere. Ich gucke mal eins kurz. Ah ja, ja, genau, mit Vincent Cassel, wo es halt so um die Vorstädte ging. Ein extrem brutaler Film. Und ja, das Poster ist jetzt auch, es wirkt irgendwie auch seltsam. Also da wüsste ich jetzt auch nicht von dem Poster her, ob ich da in den Film reingehen wollen würde. Oder das Poster gibt zumindest mal nicht die Richtung vor, in die der Film geht, finde ich. Also das ist schwierig. Ja, Caleb Landry-Jones, die Hauptrolle, den kennen wir auch schon aus diversen Filmen, zum Beispiel bei, also ist mir aufgefallen, bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, zum Beispiel. Der fehlt mir noch. Oh, der ist richtig gut. Den musst du dir mal richtig schön Zeit nehmen und dann guckst du dir mal. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal geschaut, seitdem ich den damals für die Oscars geschaut hatte. Ach, der ist so gut. Ja, dann hat er auch bei X-Men erste Entscheidung mitgespielt. Aber hier wirklich eine tragende Hauptrolle auch so dieses, man weiß halt nicht, der spielt halt wirklich so weird wie dieser Typ aus Schweigen der Lämmer. Du weißt es nicht, ist der jetzt völlig abgefahren? Hat der jetzt wirklich ganz verrückte Sachen gemacht? Hat der Leute umgebracht? Das kommt halt alles im Rahmen dieser, dieses Gesprächs mit der Psychologin eigentlich dann zu Tage. Auch die ganze Hintergrundgeschichte und auch was da alles so passiert ist. Also da kommt vieles zu Tage, aber nicht alles. Ja, nicht alles, ja. Und das ist halt auch wieder so, so wirklich spannend dann. Aber ja, wie gesagt, da würden wir wahrscheinlich zu viel verraten, wenn wir da noch mehr drauf eingehen. Deswegen. Ah, ich lese gerade was Interessantes in der IMDB. Der, der, der Nachname von Douglas ist Monroe. Das klingt wie Monroe, genau. Und er singt ja auch wie Maren Monroe und hat sich auch so angezogen wie sie. Ja, unter anderem. Unter anderem auch Edith Piaf. Auch großartig, wie er das nachmacht. Also ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ob er das selber alles gemacht hat. Aber wenn, also Hut ab. Also wenn, weil das klang ja so perfekt. Ich habe erst gedacht, die hatten den Originalsong laufen. Ja, das habe ich auch. Also das habe ich echt. Also dafür klang es schon zu gut. Ja, irgendwie. Und auch hier Lili Marleen, wo er gesungen hat. Ich glaube, der Name fällt mir jetzt wieder. Hildegard Knef. Ähm. Oder? Ähm, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Es klingt, es klingt falsch. Ich bin mir aber. Ja, es klingt falsch. Ne, Mann, das war die andere, ne? Ja, es klingt falsch, aber ich kann es auch nicht korrigieren. Einer von uns beiden muss nun gehen, oder? Ging das doch, ne? Nein, wie eins, Lili Marleen. Marleen Dietrich. Achso, Marleen Dietrich, ja. Marleen Dietrich, Junge, Junge. Jetzt, jetzt. Nimm alles zurück, hey, boah. Jetzt. Einmal auf dem Schlauch. Ich bin zwar alt, aber nicht so alt, dass ich das noch. Ja. Hast du mal erzählt, du warst auf einem Live-Konzert von dir. Ne, genau. Wir haben das damals im U-Boot, haben wir das immer gehört, ne? Als wir da rausgefahren sind. Ja, ne, also Dogman, boah. Startet übrigens in vier Tagen, sagt mir hier Movie-Pilot. Das heißt, wir werden es dann auch gleich bei unseren Neustarts mit drin haben. Also startet am 12.10. In Stuttgart sind ja jetzt auch die, ist ja jetzt auch das Fantasy-Filmfest und da war der Eröffnungsfilm. Falls das jetzt in anderen Städten auch sowas ähnliches ist, da wird das wahrscheinlich auch mit dabei sein, schätze ich mal. Und ja, empfehlenswerter Film. Man kann es nicht anders sagen. Also nicht nur für Hundeliebehaber, sondern wer mal so eine Geschichte sehen will, wo so ein Kriminalfall so ein bisschen von hinten aufgerollt wird und wo sich immer wieder neue Enthüllungen ergeben, wo man selber überlegt, ja, war das jetzt so oder war das jetzt so? Und dann wird wieder ein bisschen mehr erzählt und also richtig guter Film. Für Kate auch mal eine Empfehlung dann fürs Heimkino. Auf jeden Fall mal vormerken, Dogman. Mir wird wahrscheinlich das Herz brechen mit den ganzen traurigen Hundegeschichten. Ne, die Hundegeschichten sind eigentlich nicht traurig, finde ich. Ja, aber wenn die da so im Zwinger gehalten werden. Naja, aber das, also mit den Hunden nimmt es einen guten Verlauf, sag ich mal so. Nicht mit allen, aber zumindest mit einem Großteil und die haben echt tolle Rollen und schön gemacht und alles und ja. Okay. Also allein deswegen, da brauchen wir keine Angst haben. Das ist zwar ein europäischer Film, aber was das angeht, das ist ein amerikanischer Film. Ja, sehenswert auf jeden Fall von mir. Acht Punkte. Ach, ich sehe gerade, Chris, ja, was hast du? Äh, acht Punkte. Ja, yeah, genau. Mal einen Blick in die Gruppe werfen, was die anderen so haben. Oh, da ist sogar neun Punkte und zehn Punkte vergeben worden. Ich glaube, sieben ist nur so ein Korrekturfaktor, oder? Ja, der hier drin ist. Ich glaube, das liegt alles so in dem absoluten Top-Bereich, die Bewertung. Ja, sieben ist Korrekturfaktor, genau. Alles acht und aufwärts. Da würde ich mal einfach mal sagen, wenn ihr in die Sneak Previews geht in Deutschland, dann freut euch, wenn der Film erscheint. Wenn ihr dieses Zitat lest, dass Gott einen Hund für jeden Unglücklichen sendet, damit es ihm besser geht, dann freut euch auf einen tollen Film. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Und wenn wir jetzt einmal dabei sind, hier und die Gruppe offen haben, Gloria Sneak auf Facebook immer noch. Wir sind noch nicht auf Blue Sky. Da geht es ein bisschen schwieriger mit Tipps und so. Dann gucken wir doch gleich mal rein, was morgen eventuell laufen könnte. Was ist da der Tipp und ist da schon ein Hinweis eingegangen? Also der Tipp von der Kinoleitung lautet zwei fabelhafte Schauspieler. Und es gibt einen Tipp vom Martin, der ist ja immer relativ gut bei dieser Tipperei. Und der denkt, dass Killers of the Flower Moon kommen könnte. Ja, das denke ich auch. Deswegen habe ich nichts geschrieben. Also ich sehe nur auf dem einen Bild Leonardo DiCaprio. Wer ist denn der andere fabelhafte Schauspieler? Puh, der wird wahrscheinlich nicht alleine spielen. Robert De Niro ist glaube ich mit dabei, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe ja den Trailer mal gesehen. Brandon Fraser ist dabei, Robert De Niro ist der Martin Scorsese-Film, der neue. Ach, das ist der. Aber, 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 drei Stunden 26. Was? Du Scheiße. Was? Ja. Oh mein Gott. Ja, hey, Martin Scorsese, ne? Ich meine, ihr wisst ja, der letzte war ja hier auf Netflix, dieses überlange Mafia-Epos da, wo es um Streiks und sowas ging. Würde zumindest passen von den zwei großartigen Darstellern, aber ich weiß nicht, ob ich den im Kino sehen muss mit fast vier Stunden zum Montagabend nach einem harten Arbeitstag und wenn die Woche noch kommt. John Disco spielt da mit. Das ist dann doch mehr als ein guter Darsteller. Ja, eben. Welche ist doch ein anderer Film. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ich gucke mal noch so ein bisschen durch, aber der ist mir tatsächlich auch zuerst in den Sinn gekommen. Zwei großartige Darsteller, Cabrio und De Niro. Ich werde es auf jeden Fall in die Gruppe noch mit reinschreiben. Ich tippe noch irgendwas bis morgen, wo auch zwei gute Darsteller dabei sind. Das schliebt von dir. Kate, schaust du eigentlich Jurassic Park oder schreit unsere Tochter? Ja, Entschuldigung. Die Zeiten, wo sie während dem Podcast schläft, sind halt vorbei. Alles gut, alles gut. Sie guckt Star Wars. Nein, nein, nein. Sie spielt es nach. Das ist ja auf dem Wookiee-Planeten hier. Genau. Also ich mute mich immer, wenn ich nichts sagen muss. Dann habt ihr diese Geräuschkulisse nicht die ganze Zeit. Nein, ich finde es ja schön. Jetzt gucken wir aber erstmal in die Charts und Neustarts. Da kannst du dich erstmal muten. Genau. Kino Charts und Neustarts. Da muss man hier ein bisschen erstmal meine E-Mail suchen hier. Sie ist hier gerade ein bisschen weit nach unten gerutscht. Ich glaube, bei mir auch. Von der Maggie. Hier ist sie. Ich habe sie gefunden. Das war die vom 2. Oktober, ne? Genau die. Ja. Also wir haben hier eine. Oh, ist wieder eine Erklärung dazu. Ne, also diesmal passt soweit. Okay, es fängt hier mit Platz 6 an. Aber wir starten mal mit der 5. Also Platz 6 ist Paw Patrol. Platz 5 ist Barbie in Stuttgart in den Innenstadtkinos. Platz Nummer 4 ist A Haunting in Venice. Platz 3 sind die Wochenend-Rebellen. Da habe ich jetzt schon ein paar Snippets und Ausschnitte und sowas gesehen und fand ihn echt gut, ey. Ich glaube, könnte mir gefallen wohl. Also mit der Story mit dem autistischen Kind, der versucht für ihn irgendwie so einen Fußballverein zu finden. Aber ich weiß, du hast da Bedenken, weil da manche Fußballvereine... Ja, ich habe halt Dingson gesehen hier, Ausschnitte, wo sie bei Union Berlin sind und damit ist das für mich so kultig, dass ich da raus bin. Außerdem, Erik, ich habe eine Frage. Also eine Frage, die du mir vielleicht stellen kannst, weil wenn du mich nämlich fragst, wer Meister wird. Ja, dann auf Platz 2. Aktuell, wer ist auf Platz 2? Ich glaube, Bayer Leverkusen. Ne, Moment. Der Creator ist auf Platz 2. Creator, ja. Soll übrigens sehr, sehr gut sein und soll die große Kino-Leinwand brauchen. Also wenn ihr einen richtig schönen Sci-Fi-Film sehen möchtet von richtig guten Leuten, die dahinter stecken, die den gemacht haben, dann geht auf jeden Fall mal in The Creator und nutzt da wirklich die große Leinwand. Und dann schaut, ob ihr das irgendwo in Atmos schauen könnt oder irgendwas, ne. Und genau, Platz 1 ist der Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Absolute Empfehlung auch von mir. Und da war ja auch die Kino-Tour jetzt an dem Wochenende, um das es hier geht. Also letztes Wochenende, 30. Waren voll besetzte Säle in Gloria völlig zurecht. Und Checker Tobi, also Tobi Krell war da, hat seinen Film vorgestellt. Ich habe ja auch schon mal berichtet, wo ich vor zwei Wochen bei der Kino-Tour in einer anderen Stadt war, extra. Und sehr empfehlenswerter Film, wirklich. Also wenn ihr Kids habt in einem Alter, die das schon so ein bisschen verstehen können, das ganze Thema und ein bisschen Abenteuerlust wecken und die Welt zeigen wollt, dann gibt es da nichts Besseres. Okay, und was startet jetzt alles so Neues im Kino? Ich werfe mal einen Blick in, nehmen wir mal Kino.de. Das fliegende Klassenzimmer. Neuverfilmung des beliebten Kinderbuchs von Erich Kästner, die die Geschichte über die verstrittenen Internatsschüler mit leichten Abwandlungen in die Gegenwart adaptiert. Ich muss sagen, in dem Trailer, wir hatten den Trailer vor, ich glaube sogar vor Checker Tobi, der Trailer hat uns nicht gefallen. Das war diese Abwandlung in die Gegenwart. Ich habe da wirklich eine ganz andere Frage. Wie viel der Adaption ist das jetzt schon vom fliegenden Klassenzimmer? Weiß ich nicht. Alle zwei Jahre kommt ein neuer fliegendes Klassenzimmer raus. Weiß ich nicht, aber ich glaube, wahrscheinlich ist das so, wenn du irgendwie ein bisschen ältere Werke hast, wenn dann so die gewisse Rechte abgelaufen sind oder so, vielleicht ist es dann günstiger. Da neue Filme zu produzieren und daher den Leuten nichts mehr einfällt. Es kommt auf jeden Fall, nachher kommt ein Film noch, den hätte ich auch gerne das nicht gehabt, aber wir machen mal weiter. Es kommt ein Musikfilm, wo ich gehört habe, dass hier anwesende Personen dieses Podcast schon Karten haben. Es kommt nämlich Taylor Swift, die Eras Tour, der Konzertfilm zur Eras Tour 2023, der beliebten Künstlerin Taylor Swift. Und da muss ich kurz was sagen zu. Bin ich verantwortlich. Da muss ich kurz was dazu sagen. Ja, sag. Liebe Swifties da draußen, alle, die in Stuttgart wohnen, es hat noch Tickets in den Innenstadtkinos. Ich sehe erstaunlich viele, muss ich sagen. Ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass noch so viele Tickets da sind. Leute, geht in den Film. Vielleicht gibt es ja nicht so viele Fans. In den Innenstadtkinos. In den Innenstadtkinos. Da müsst ihr hingehen. Nur da habt ihr das beste Kinoerlebnis. Ist das so? Ja. Ja gut, ist ja in Atmos, nee, in Atmos, klar. Also ich gehe tausendmal lieber in Skloria als in Cinemax. Das ist einfach, Cinemax ist einfach überlaufen. Viel zu viele, also wirklich viel zu viele Leute. Die Böden kleben vor Cola und irgendwie alles ist so unübersichtlich. Ich gehe überhaupt gar nicht gerne in diese großen Kinos. Und Skloria ist eine wirklich richtig, richtig, richtig gute Alternative zu diesen Riesenketten. Und deswegen geht da hin. Und alles Swifties da draußen, geht in den Film. In den Innenstadtkinos, bitte. Danke. Ja, es läuft ja im Atmossaal, also das ist bestimmt richtig geil, wenn du da gut sitzt und so Konzertfilme. Ja, wenn man nicht die Chance hat, so nah heranzukommen bei einem normalen Konzert oder besser gesagt als zusätzliches Erlebnis, vielleicht ist es bestimmt richtig geil, das dann zu sehen. Ich wurde schon gefragt, warum ich in den Film gehe und mich spoilere, weil ich ja nächstes Jahr zum Konzert gehe. Ich so, was hat denn das mit Spoilern zu tun? Gar nichts. Ich habe auch von Deepesh Mode diverse Konzerte als Blu-ray. Da habe ich eins hier, Barcelona, das gucke ich mir auch immer wieder gerne an oder natürlich das legendäre 101. Ja, saugeil einfach. Kann man mal schön laufen lassen und ist ja richtig, richtig gut gemacht. Und dann im Kino, das knallt natürlich richtig. Da kannst du, ist ja viel lauter als zu Hause. Na gut, also Empfehlung, Taylor Swift, es gibt noch Tickets für Stuttgart und dann startet noch, haben wir gerade drüber geredet, Dogman in den deutschen Kinos. Genau, den haben wir schon mal vorhin gehört. Und es startet das nächste Doku und jetzt kommt der, den ich gerne auch in der Sneak gehabt hätte. Fearless Flyers, eine isländisch-britische Komödie, in der eine Gruppe von Menschen mit chronischer Flugangst im winterlichen Reykjavik strandet. Das klingt einfach, das klingt richtig, richtig gut. Wenn man bedenkt, also ich mag ja den britischen Humor und dann noch diesen isländischen noch dazu. Boah, ich glaube, das könnte echt gut sein. Aber ja. Könnte sein, ja. Hat man auch, glaube ich, immer für das Sneak mal getippt gehabt. Da spielt auch Timothy Spaw mit, der Peter Pettigrew von Harry Potter. Okay. Ich versuche hier gerade was rauszufinden über diesen Hersege, Serje, ne nochmal, richtig, Hersege Regmen, türkischer Film. Da geht es um Ilhan, der wächst zusammen mit seinen zwei Geschwistern in einem kleinen Dorf in Adana auf. Ohne Vater und Mutter ziehen die Kinder unerwartet nach Deutschland. Trotz widriger Umstände schafft es Ilhan, sich in schwierigsten Momenten zu behaupten, und sich bis an die Spitze zu einem Weltklasse-Networking-Meister hochzuarbeiten. Was ist ein Networking-Meister? Ist das hier, hat er viele LinkedIn-Kontakte oder? Ja. Okay. Der connectet halt wahrscheinlich gut. Kann sein. Es startet auch noch der Schatten von Caravaggio. Historisches Drama über das bewegte und anrückte Leben des italienischen Malers Michelangelo Merisi da Caravaggio. Okay. Was haben wir denn noch im Angebot hier? Ich bin jetzt gerade hier auf der falschen Seite. So, jetzt hier gemeinsam. Ne, das ist ein Dokumentarfilm. Das ist auch ein Dokumentarfilm. Ne, da war es das eigentlich. Jede Menge Dokus hier. Hier ganz unten noch unter weitere Filme gibt es noch einen, der heißt Plan 75. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob der jetzt doch anläuft. Ein japanisches Drama über die systematische Veralterung im Land und eine radikale Lösung, um dieses Problem zu lösen. Okay. Ja, okay. Und ansonsten, ja. Ich glaube, top Start der Woche. Läuft eigentlich Taylor Swift? Läuft das nur an einem Tag, Kate? Oder ist das so im regulären Programm? Weißt du da was? Ähm, also es läuft auf jeden Fall das ganze Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Aber darüber hinaus glaube ich nicht. Hm, okay. Aber 13.14.15, das ist auch momentan im Kinoprogramm drin. Da ist eigentlich jetzt nicht so ein richtiger, wenn ich dachte, okay, da gehen jetzt ganz, ganz viele rein in Taylor Swift, hätte ich gesagt, das ist der Top Film der Woche. Aber dann wird es wahrscheinlich, na, Dogman ist auch nicht so ein riesen Kracher als, als, ähm, zu kräftiger, vielleicht das fliegende Klassenzimmer, das die als deutschen Film. Ja, werden wir sehen nächste Woche in den Kinocharts, wie das da so performt hat. Und, ähm, dann sind wir doch schon im Bereich Heimkino hier. Der Wookie ist auch wieder da. Heimkino. Ähm, jetzt ist mein Tab weg. Ich hab, ähm, ich mag ja den Original-Exorzist-Film. Ich hab dann sogar, als der damals nochmal wieder aufgeführt wurde im Kino, das Original hab ich natürlich noch nicht im Kino gesehen gehabt. Und als die den dann wieder aufgeführt haben, war ich sogar mal im Kino. Und der von William Friedkin, der auch zum Beispiel Leben und Sterben in L.A. gemacht hat. Ich bin da ein bisschen Fan von dem Regisseur gewesen. Und, äh, mag auch so insgesamt so Exorzisten-Filme. Wir hatten ja auch so der Exorzismus von Emily Rose, glaube ich, in der, in der Sneak Preview gehabt und sowas. So diese ganze Idee von irgendeinem Dämon, der in irgendwie jemand reinfährt und dann irgendwie da ausgetrieben werden muss und so mit irgendwelchen Leuten. Ähm, äh, das, das finde ich immer ein ganz spannendes Thema, wie das dargestellt wird. Und, äh, den Film The Pope's Exorzist, ihr werdet euch erinnern, der war lange Zeit in Kinocharts drin. Und hat mir eigentlich da schon Lust gemacht, bloß ich wollte da oder konnte nicht extra ins Kino gehen deswegen. Und hab mir den mal fürs Heimkino aufgehoben. Und ich wollte jetzt nicht so lange warten, bis der in einem Streaming-Service kostenlos verfügbar ist. Und hab mir den mal bei Amazon Prime ausgeliehen. Denn da gab's den auch in 4K zum Ausleihen. Hab den mal oben im großen Fernseher geguckt, wo ich Ruhe hatte, wo keiner zu Hause war. Und, ähm, worum geht's? Natürlich geht's um einen Exorzismus, aber hier hat's einen ganz anderen Ansatz. Denn diese ganze Geschichte ist inspiriert von einem, von einer echten Person, von Gabriele Amorth, der tatsächlich für den Vatikan als Exorzist gearbeitet hat. Der Chef-Exorzist des Vatikans. Und er war so ein bisschen, naja, dieses ganze Thema, dass es sowas überhaupt geben soll mit Besessenheit von irgendwelchen Dämonen oder Teufeln oder sowas, ist natürlich nicht das, was der Vatikan so weltweit nun großartig breittreten möchte. Sondern man will ja eher so eine, sagen wir mal so, die gute Botschaft vermitteln. Und nicht, dass es auch so dieses Böse gibt, was so in die Welt einsickert. Und deswegen wird das natürlich nicht weit aufgehängt. Äh, man erfährt da nicht viel darüber. Aber offensichtlich gab es diese, diese Person. Und dieser Gabriele, der hat auch selber Bücher geschrieben. Und eins dieser Bücher ist quasi jetzt verfilmt worden. Allerdings ist das keine, keine Nacherzählung von seiner Arbeit, sondern, äh, es ist inspiriert von seiner Arbeit, ähm, aber Fiktion. Und, ähm, deswegen, das muss man wissen. Und die Hauptrolle spielt Russell Crowe. Und zwar absolut großartig, wie ich finde. Und, ähm, er spielt eben diesen Vater Gabriel, der zu irgendwelchen Leuten gerufen wird, die irgendwo so einen Exorzismus oder vermuten, dass da irgendjemand ein Dämon gefallen ist. Das sind aber häufig eher so Fälle, wo einfach jemand, äh, eine geistige Krankheit hat. Und, ähm, das, deswegen hat er meistens eigentlich wirklich nur mit solchen Fällen zu tun, wo jemand eigentlich eine, eine schwere geistige Krankheit hat und sich dann dadurch irgendwie komisch verhält oder irgendwas. Und die, 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 äh, die, die Angehörigen, jetzt bin ich gerade hier auf dem Namen, die Angehörigen denken dann halt, da wäre irgendwas Schlimmes. Und letzten Endes wird wirklich eher so, ist er eher quasi eher so eine Art Psychiater, der das irgendwie erkennen muss, was da für eine geistische Störung vorliegt. Allerdings, ein Fall, der ihn nach Spanien ruft, der führt ihn wirklich tatsächlich in die tiefsten Abgründe des, äh, seiner eigentlichen Arbeit, nämlich Exorzismus. Denn da ist eine Familie nach, äh, Spanien gezogen aus Amerika und die sind in so ein Haus gezogen und der ihr Kind, der kleine Junge wird befallen. Und, ähm, die, die wissen erst gar nicht, was da los ist und auch der lokale Priester weiß gar nicht so recht, was Phase ist und der Arzt. Und, ähm, irgendwann rufen sie dann den Gabriel aus, aus Italien rüber und, ähm, der erkennt dann schon oder denkt erst auch, es handelt sich um eine geistige Störung, aber erkennt dann doch, da steckt wesentlich mehr dahinter. Und dann dreht der Film richtig frei und, äh, dann ist wieder so ein richtig schöner Exorzismusfilm, was da alles so mit passiert. Er kriegt auch noch einen jungen Pfarrer mit zur Seite gestellt, der natürlich bei Weitem noch nicht so richtig gefestigt ist. Und dieser Dämon oder eigentlich ist es ja schon was etwas Höheres, was, was da, ähm, das Kind befallen hat, das kann halt wirklich die beiden an ihre psychischen Grenzen bringen mit dem, was es weiß und sagt. Und auch so mit Visionen, äh, die er den, äh, Personen einimpfen kann und ist ein echt, ich fand ihn richtig gut. Er hatte einen angenehmen Gruselfaktor, äh, es war spannend, man, man wusste nicht, wie es jetzt weitergeht, in welche Richtung. Es sind tolle Effekte drin, natürlich, ähm, und es ist verdammt gut gemacht, ich hätte es nicht gedacht. Aber hat sich dann doch bestätigt, dass der so lange in Kinocharts war, das war nicht, das kam nicht von ungefähr. Also, da, das muss ich rumgesprochen haben von denen, die im Kino waren, die gesagt haben, okay, ich gucke mir den mal an. Und dann gesagt haben, irgendjemand anderes, ey, der ist gut, geh da mal rein. Und, ähm, deswegen, ich kann das bestätigen, ich gebe diesem Film auch 7,5 von 10 Punkten. Noch kann man ihn überall ausleihen, es gibt es auch bei Sky zum Ausleihen und bei Amazon Prime hatte ich ja erwähnt. Bei Sky gibt es ihn nicht in 4K, ähm, und bei etlichen anderen Diensten kann man den kostenpflichtig sich mal ausleihen. Für einen schönen Heimkinoabend, einen gruseligen, jetzt kommt ja langsam die düstere Jahreszeit, bald ist Halloween. Da ist es eigentlich ein richtig guter Film für sowas. Und... Spooky Season. Ja, definitiv. Ähm, ansonsten, man kann natürlich auch noch ein Stückchen warten, bis der dann irgendwann kostenlos vielleicht in einem Streaming-Service verfügbar ist. Aber ich kann es echt einigen empfehlen, die so ein bisschen gruselige Filme mögen, auch Russell Crowe macht es wieder echt gut hier. Haut voll rein. Ja, deswegen, ah, 7,5 von 10 hatte ich schon gesagt, ja. Ähm, Kate, The Reptile oder The Reptile, weiß nicht, worum geht es da? Ohne The. Ohne The. Nur Reptile. Nur ein Reptil. Ja, klar. Ist das ein Creature-Horror-Film? Nee, ich weiß auch nicht, warum der Film so heißt, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, Reptile ist ein Film, den ich jetzt auf, äh, Netflix entdeckt hab. Genau, den gibt's seit 29. September bei Netflix. Ähm, und die Haupt-, äh, also die Besetzung ist, Hauptdarsteller ist Benicio del Toro und Justin Timberlake. Ähm, äh, in weiteren Rollen auch Alicia Silverstone und Eric Bogosian. Ähm, und es geht um einen Kriminalfall, äh, äh, Benicio del Toro spielt Nicholas, der ist ein Detektiv, ähm, aus Neu-England, weiß nicht, ob das wichtig ist, aber, äh, und der ist, äh, nimmt, übernimmt Mordfälle und wird an einen Tatort gerufen, wo eine Immobilienmaklerin in einem Haus, das sie verkaufen will, tot aufgefunden wird. Mit mehreren Messerstechen ermordet und, ähm, jetzt heißt es halt rauszufinden, wer war das? Äh, äh, die Freundin der Immobilien, äh, der Freund der Immobilienmaklerin wird gespielt von Justin Timberlake und, ähm, der ist natürlich ganz bestürzt und will natürlich die Ermittlungen vorantreiben und wird aber von seiner Vergangenheit ein bisschen eingeholt, was die ganzen Ermittlungen dann auch in spezielle Richtungen lenkt. Ähm, die Frau von Nicholas wird eben gespielt von, ähm, Alicia Silverstone und die hilft ihm so ein bisschen, wenn er zu Hause ist und irgendwie ein bisschen über den Fall nachdenkt, dann besucht sie ihm halt auch mitzuhelfen und findet das schon interessant, was ihr Mann da macht und wird dann auch so ein bisschen in diesen Fall mit reingezogen. Sie sind dort in das Dorf gezogen, weil dort auch Verwandtschaft von ihr lebt, ähm, ihr Onkel lebt dort und ist auch, ähm, glaube ich, ein pensionierter Polizist. Also er ist quasi, äh, Nikolas arbeitet jetzt in der Dienststelle, wo ihr Onkel damals gearbeitet hat. Und, ähm, die kennen halt viele Leute dort auch in der Gegend, sind dann deswegen auch dort hingezogen, weil es wohl, ähm, an der alten Arbeitsstelle von Nikolas, äh, Probleme gab, dass irgendwie sein, sein Partner korrupt wurde oder korrupt war. Und, ähm, naja, auf jeden Fall geht es jetzt halt darum rauszufinden, warum die Immobilienmaklerin umgebracht wurde. Und, äh, er verstrickt sich immer tiefer in den Fall und deckt immer mehr Ungereimtheiten auf, ähm, die dann zu einem Höhepunkt, sagen wir mal, äh, führen, den ich so nicht gedacht hätte. Ähm, es steckt mehr dahinter als ein einfacher Mord, äh, und was natürlich in solchen Filmen immer der Fall ist, ne? Ähm, und ich war tatsächlich vor dem Ende sehr überrascht, damit hatte ich nicht so gerechnet. Ähm, und ich habe auch immer wieder zwischendurch gedacht, der Nikolas hat selber, äh, noch Dreck am Stecken. Weil er ist, also die Rolle, die er da hat, ist sehr undurchsichtig. Er spielt so den richtig knallharten Detective. Aber wenn er dann mit seiner Frau, äh, bei der Tanzveranstaltung ist, ist er ein ganz anderer Mensch. Das ist so, als ob er zwei Gesichter hätte. Und deswegen hat man dann immer das Gefühl, der Nikolas, der hat selber irgendwie, äh, Dreck am Stecken. Ähm, aber ob es der Fall ist, das verrate ich natürlich nicht. Es ist auf jeden Fall ein, äh, relativ ruhig erzählter, äh, Crime-Thriller. Dramat wird er so genannt. Ich würde es eher als Crime-Thriller, äh, nennen. Von der Erzählart und Weise eher ruhig, ähm, aber trotzdem sehr detailtreu und, ähm, spannend erzählt. Ich hab grad einen Spoiler gelesen, warum der so heißt. Warum? Nee, ist ja ein Spoiler, um Gottes Willen. Das musst du mir nachher schön sagen, bitte, weil das hab ich nicht ganz verstanden, warum der Reptile heißt. Ja, ich hab jetzt schon gelesen, wer es war und warum der deswegen Reptile heißt. Es stand irgendwo in einem Kommentar drin bei einer Filmseite. Ich nenn's jetzt mal nicht, ja, genau. Ja, okay. Eigentlich kann ich's mir denken, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, da drauf hinzuweisen. Hm, naja. Ja, okay. Klingt aber interessant auf jeden Fall. Also Justin, also die Besetzung, ähm, Justin Himberlake, Eric Bogersian, den, den mag ich, äh, der hat damals bei Talk Radios ewig her, äh, Filme mitgespielt, wo es drum geht, dass so ein Radiomoderator, ähm, der sehr provokant ist, dann, äh, ich glaub, es war sogar, äh, Oliver Stone-Film, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, so ein provokanter Radiomoderator, der dann quasi einen Stalker hat, der ihn dann verfolgt und auch richtig gut, ähm, würde ich auch gern mal wiedersehen, den Schauspieler. Ja, ich guck mal rein, Netflix. Ja, guck mal rein. Ist gut. Genau. Äh, gebe ich sieben von zehn Punkten. Sehr gut, sehr gut. Wie liegen wir zeitlich? Oh, wir haben ja noch Zeit. Kann ich aber kurz was erzählen. Ähm, ich hab ein neues Spiel, Chris. Okay, erzählst du mehr. Erzähl mehr. Äh, Forza Motorsport. Na gut. Kann man jetzt, äh, seit dem fünften, zehnten kann man es ja spielen. Ich hab's natürlich vor, vorab gekauft gehabt, natürlich die, die große Version, äh, weil ich absoluter Fan bin der, der Reihe. Ja, und ich muss echt sagen, auch wenn, wenn es jetzt in Kommentaren wahrscheinlich heiß hergehen wird, es gefällt mir besser als Gran Turismo. Es ist, äh, es ist, äh, okay. Ja, also es ist, ich spiel beides gern, aber, äh, Forza irgendwie, also das normale Forza Motorsport gefällt mir echt besser als Gran Turismo. Okay. Ja, also gerade so, wenn, wenn man jetzt die beiden miteinander vergleicht, es gewinnt, es gewinnt Forza wirklich, ähm, das sind einfach so, auch so diese, ah, das ist nervig mit dem Kaffee da in Gran Turismo, wenn man da irgendwelche, äh, Einträge in die Bücher und, ach, das ist alles, äh. Nee, jetzt, Forza ist halt wirklich einfach Racing und, ähm, das sieht so gut aus und, äh, macht so einen Spaß und, äh, die, die Fahrzeuge sind geil und. Guck mal, das ist genau das, äh, Forza Motorsport, das Neue, ähm, ähm, ist tatsächlich bei mir im Game Pass drin. Ja. Er scheint dann, ähm, übermorgen für den Game Pass, das heißt, da würde ich es dann auf jeden Fall auch anspielen, weil, äh, ich hatte das jetzt tatsächlich, also erstmal, ähm, Gran Turismo ist mega gut. Mhm, ähm, das ist halt wirklich Gemäcker auf hohem Niveau, ist letztendlich Geschmackssache, ja. Genau, genau, ja, aufs andere, ich hab's tatsächlich auf dem Schirm, dass du's natürlich jetzt schon spielen kannst, ist natürlich für dich wunderbar, äh, ich hab's trotzdem auf dem Schirm, da will ich auf jeden Fall reingucken, ähm, wobei ich jetzt gestern tatsächlich auch mal in, äh, Payday 3 reingeschaut hab, ist nämlich auch im Game Pass drin, wo ja auch ein größerer Hype drin war, da hatte ich auch, äh, einen Zugang zum, zum Testen, aber hab's dann, verstreichen lassen, weil ich leider keine Zeit hatte, und Payday 3, muss ich sagen, ist echt Müll. Okay. Okay. Die Polizisten sind einfach ultrabescheuert, wo da kommen, die haben sich, die haben, die haben Flashgranaten geworfen in den, in den Flur rein, haben sich selber geflasht, sind dann rumgerannt, wie, wie aufgescheuchte Hühner. Das war komplett weird, ähm, Granaten werfen generell, normalerweise, wenn du, wenn du, also ich kenn's jetzt aus Tarkov, klar, das ist auch wieder anders, dann Tarkov drückst du einmal die G-Taste, dann nimmst du erstmal die Granate in die Hand, dann drückst du sie nochmal, bevor du es werfen kannst, aber du kannst halt auch, wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du wenigstens zielen. Bei Payday drückst du die Granatentaste, und egal, wo du hinguckst, der nimmt die Granate und macht, fupp, also wirklich so aus dem Handgelenk so, wirp, weg, ist ja völlig egal, und wenn du dann grad noch voll in der Bewegung bist, du kannst überhaupt nicht wirklich taktisch vorgehen, boah, das hat mich tierisch genervt, und die Grafik ist echt mies für heutzutage. Also die ist okay, aber echt mies, also, mhm. Da will ich auch mal reingucken, ich hab, glaube ich, das letzte, was ich gespielt habe, war Payday 1, wenn ich mich richtig genauer habe. Ja, aber da bin ich da ganz zufrieden, dass es da im Game Pass mit drin ist, weil da kann ich mir das in Ruhe angucken, und bin froh, dass ich da nicht mehr Geld verballert hab, also Payday, boah, lass ich wirklich die Finger davon, das fliegt jetzt auch wieder runter von der Platte, und das will echt was heißen, aber Forza ist auf, äh, auf der Merkliste ganz, ganz weit vorne. Okay, da werde ich mal schnell noch ein paar Strecken fahren, damit ich dann, damit du gleich mal eine Wegmarke, oder, was siehst, gleich mal eine Duftmarke setzen, da, weil du siehst ja dann, glaube ich, wenn deine Freunde, was die für Werte gefahren haben, ne, wenn ich mich recht erinnere, das ist eigentlich auch immer das Schöne. Gut, ähm, also für mir eine kleine Empfehlung für Forza Motorsport, äh, ich find's halt ein bisschen blöd, also vorher ging das ja Forza Motorsport 7, äh, warum sie das jetzt nicht Forza Motorsport 8 genannt haben, ja gut, das ist halt das Naming bei Microsoft, die haben's einfach nicht drauf. Ich mein, man braucht ja nur sich die Xbox-Konsolen angucken, was für ein wirres Naming die da haben, also, ich bemitleide jeden Elternteil, die sich mit solchen Sachen nicht auskennen, und dann von ihrem Kind gesagt bekommen, sie wollen eine Xbox haben, ähm, und dann irgendwie in den Laden gehen und irgendwie was kaufen wollen, ähm, das ist, also, ey, furchtbar. Wie kann man jetzt bei den Spielen auch, ja, ich möchte Forza Motorsport haben, ja, gut, da gibt's jetzt Forza Motorsport, das ist teuer, und dann gibt's Forza Motorsport 7, das ist ja schon die 7, dann nehm ich das. Ja, also, nee, also, nee, das Naming, ich weiß nicht. Also, also, nee. Nee. Das haben sie nicht drauf. Mir ist noch was eingefallen. Ja, was hast du für Games? Nee, äh, Serie. Das sind wir durch, das sind wir schon vorbei. Ja, was hast du denn? Ähm, ich wollte noch erzählen, dass ich, äh, Only Murders in the Building, Staffel 3, fertig geguckt habe, und ich sehr zufrieden mit dieser Staffel bin, und ich noch viel zufriedener bin, dass ich jetzt gelesen hab, dass die nächste Staffel schon bestätigt ist. Mhm, sehr gut. Okay, ist das kein Todreiten des Pferdes? Sehr gut. Was? Das Pferd wird also nicht zu Tode geritten von Only Murders in the Building? Naja, am Ende der dritten Staffel gibt's schon wieder einen Mord, der jetzt aufgeklärt werden muss. Und zwar ein krasser, also, muss man schon sagen. Ach, solange es noch Spaß macht, geht's doch. Also, mir macht's Spaß. Ich wollte jetzt mal bei The Morning Show reingucken, gibt's jetzt auch dritte Staffel auf Apple TV+. Ja. Freue ich mich auch, dass es weitergeht. Ja. Okay, dann noch ein, was allgemein ist. Ich hatte ja letzte Woche angeteasert, dass ich zu Gast sein werde bei einem Podcast. Ich war jetzt mittlerweile zu Gast bei, bei, äh, dem Podcast, der heißt Auf ein Spiel, wo es natürlich auch um Games geht. Und, äh, der, äh, der Sören, der Teral76, der auch ab und zu mal hier kommentiert hat und auch immer auf Twitter aktiv ist bei, bei unseren Postings vom Kinocast, ähm, der hatte mich da eingeladen. Und, ähm, mit dem hab ich dann eigentlich so Gamescom geredet und auch über Starfield ein bisschen, hab ich ihm versucht Lust zu machen. Und, ja, genau. Hört da mal rein. Ich werd's mit verlinken in den Shownotes. Ist auch sowieso ein sehr empfehlenswerter Podcast. Ich hab auch seine anderen Ausgaben gehört. Die vorhergehenden, die, die sind gut produziert. Äh, äh, also top Audioqualität auch. Der nimmt auch hier mit, mit Ultraschall auf und mit Reaper und, ähm, kann man auf jeden Fall reinhören. Ich werd's mit verlinken. Und jetzt kommen wir zu den Musiktipps, wenn ich den Bumper finde. Hier ist er. Musik. Kate, was hast du da Schönes? Ich hab, äh, von First to Eleven Die Young. Hat dir das der Chris draufgepackt? Ja. Ich dachte, heute kommt was von Taylor Swift, wenn du da ins Kino gehst die Woche. Nein, das kommt dann nächste Woche wahrscheinlich. Ich krieg immer Ärger, dass ich schon wieder neue Taylor Swift Songs draufsetze, also bin ich ruhig. So, okay, ist, ist auf der Playlist drauf. Oh, da ist ja eh zu viel. Äh, ich hab von Blink-182, äh, One More Time. Okay. Ist das ein Remake von dem? Nein. Nein, das eigenes, okay. Und ich hab von Ash Code Tear You Down. So, das packe ich jetzt auch drauf. Obwohl man hätte eigentlich, eigentlich hätte man auch ein Stück Musik aus dem Dogman rausnehmen können, ne? Ja, ach, ich weiß nicht, so französische Chansons. Edith Piaf. Ja, nee, das ist ein bisschen schwierig für unsere Playlist. Ja, hätte man machen können, aber, hm, nee. Vielleicht ein anderes Mal, ein anderes Mal, dann. Ja, aber du weißt, wenn du Sachen draufsetzt, dann heißt es auch, non, je ne regrette rien. Bitte was? Non, je ne regrette rien. Bitte was? Ja, ich hab gestern... Ich bereue gar nichts. Gestern Abend, als wir was geguckt haben, da lief ja auf dem, auf ARD lief noch so ein Brennpunkt wegen Israel und da hat, verstehen Sie Spaß, ein bisschen später angefangen. Da hab ich mal rübergezappt auf RTL 2. Brennpunkt Israel, verstehen Sie Spaß, Junge. Nee, das hat dann später angefangen, ja. Ja, ja, aber du hast das Programm. Ja, kann ich ja nichts dafür. Da haben wir dann, hab ich mal rübergeschaltet, auf RTL 2 war's, glaube ich, da lief nämlich Inception und da kam das auch, je ne regrette rien. Das ist ja der, der, der quasi der Wake-up-Song, für den Ihre Träume. Stimmt, ja. Stimmt. Stimmt. Oh mein Gott. Okay, geiler Film. Ich hab da gestern echt wieder Lust bekommen, den gleich nochmal zu gucken. Ich hab alle eine richtig schöne Blu-Ray hier in dieser Metallbox. Okay, dann vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Wenn du mich warst, der Meister wird, dann sage ich zu dir, was können nur die Schamenzahl Er kann einfach nicht singen. Bis bald im Kinocast. Wie ist es, wenn ich bin. Ich weiß, dass ich weiß, wenn ich mich in die Oberfl desap lazierstelle bin. Ich hinbegeQUE, wenn, mich ist. Ich werde nicht in die Luft zusammen. Das war mir. Ich werde nicht sagen, wenn ich sage. Wesover, glaube ich. Tür packed roles. Ich weiß, wenn ich sie. Ich werde nicht sagen. Ich werde nicht alles.